Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine endgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Die hohen Energiekosten beschäftigen sehr viele von uns, genauso wie die Auswirkungen des Klimawandels. Aber ich kann euch heute eine wirksame Maßnahme empfehlen, die gut für das Klima und euer Geldbrussel ist. Mit dem Sanierungsbonus des Klimaschutzministeriums, der bis zu 14.000, ja ich habe richtig gehört, bis zu 14.000 Euro beträgt, könnt ihr eure Ein- oder Zweifamilienhäuser bzw. Mehrparteien- und Reihenhäuser thermisch sanieren. Thermisch sanieren bedeutet, dass Wände, Fenster, Türen und Dächer besser abgedichtet und gedämmt werden. Ihr habt dann geringere Heizkosten, einen höheren Wohnkomfort, steigert den Wert der Immobilie und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Cool, oder? Für weitere Infos zur Förderung geht am besten auf die Website www.sanierungsbonus.ad. Ich wiederhole, www.sanierungsbonus.ad. Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine endgeltliche Einschaltung des BMS-GBK. Ihr kennt das sicher, wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heißerkeit, Schüttelfrust. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält eine deutlich länger ins Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza-Impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at-influenza. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Machtstrukturen führen einfach zu Korruption. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt spezifisch ein Problem einer spezifischen Partei ist, sondern einfach von Parteien, die zu lange an der Macht sind, werden einfach korrupt. Und man kann das einerseits hinnehmen und sich irgendwie dem unterwerfen oder halt, keine Ahnung, für Strukturen sorgen, die dafür sorgen, dass Machtpositionen einfach irgendwo regelmäßig auch ausgetauscht und gerecht verteilt werden. Und das fehlt mir ein bisschen. Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmutz Korsand und mein heutiger Gast ist Irina. Sie ist besser bekannt unter ihrem Künstlennamen Toxische Pommes. Auf dem Social-Media-Kanal TikTok ist sie eine Berühmtheit mit tausenden Followern. In 15-sekündigen Videos verpackt sie aktuelle politische Debatten, kurz, schlau und satirisch. Mit ihr spreche ich in unserem Themenschwerpunkt Politik und Moral über die Kulanz der Österreicherinnen und Österreicher in Korruptionsfragen, über den omnipräsenten Nepotismus und über eine Doppelmoral, die sich durch die gesamte österreichische Gesellschaft zieht. Aber bevor wir beginnen, gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung von unserem Werbepartner KapschBusiness.com. Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleuchten Moderatorin Sandra Bayerl, Kapsch-Vorstand Jochen Borrenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie, was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei genauso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberg-Unternehmer Günter Grape berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- oder Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology, verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Hallo Irina, danke, dass du gekommen bist. Bevor wir beginnen, gibt es, war ganz offen gesagt, die berühmte Transparenzpassage. Woher wir einander kennen, das geht bei uns ganz schnell, wir kennen einander nicht. Zum zweiten Teil der Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du Mitglied in einer politischen Partei bist oder in der Vergangenheit warst. Nein, war ich nicht. Und bin ich nicht. Und diesmal gibt es auch einen Zusatz bei der Transparenzpassage. Ich habe dich jetzt nur bei deinem Vornamen genannt. Und das war mit Absicht, weil es dir wichtig ist, deine Kunstperson, toxische Pommes von deiner Privatperson zu trennen. Deswegen gibt es auch keine Details jetzt zu deinem Nachnamen oder zu, wo du arbeitest. Nur, dass du im Brotberuf Juristin bist. Genau. Ich erzähle ein bisschen etwas über, wer toxische Pommes eigentlich ist. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer von ganz offen gesagt notwendigerweise die Zielgruppe sind. Aber du bist ein TikTok-Star. Du hast mehr als 40.000 Follower. Für alle, die nicht wissen, was TikTok ist, das ist eine Social-Media-Plattform, wo man 15-sekundige Kurzvideos hochladen kann. Und ich habe mich stundenlang in deinen Kurzvideos durchgeklickt. Und was mir so gut gefallen hat, ist, dass sie so extrem politisch sind, aber auf so eine sehr subtile Art und Weise. Und du schaffst es, wirklich in 15 Sekunden Themen wie Femizid, Gentrifizierung, Rassismus, die Zerfleischung der Linken, Bobos, die österreichische Mentalität, alles zu verpacken. Und deswegen dachte ich, dass es super spannend ist, mit dir über unseren Themenschwerpunkt Politik und Moral zu sprechen. Aber bevor wir zu dem kommen, wollte ich dich nur fragen, ob du ein bisschen was erzählen kannst, wie es hinter diesem Namen toxische Pommes steht und wie eine Juristin dazu kommt, Comedy zu machen. Also der Name ist ganz einfach erklärt. Ich war in einer toxischen Beziehung und ich liebe Pommes. Das war der Grund für den Namen. Und wie ich auf TikTok gekommen bin oder wie ich auf Social-Media-Videos gekommen bin, ist, ich habe meinen Job, den ich letztes Jahr hatte, im öffentlichen Dienst gekündigt und habe dann beschlossen, ich mache jetzt einfach TikTok-Videos. Und es hat mir dann einfach voll Spaß gemacht. Und ich habe viele Themen irgendwie versucht anzusprechen, die mich einfach immer schon irgendwie beschäftigt haben und mich genervt haben irgendwo. Es ist irgendwo ein bisschen ein Ventil gewesen, um über gesellschaftspolitische Phänomene zu ranten, die mich auch einfach persönlich aufregen und irgendwie auch tagespolitisch aktuelle Geschehnisse irgendwo zu thematisieren in Form von Satire, Comedy, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ich finde es witzig eben, es spricht offenbar extrem viele an. Also ich meine, 40.000 ist schon relativ viel. Das klingt sehr viel. Ich kann mir diese Zahl nicht vorstellen. Ich kann mir so zehn Leute vorstellen. Zu Hause dich anzuhören. So bei 20 bin ich schon so, wow, okay, nein. Ich bin, glaube ich, bei so Klassengröße bin ich stehen geblieben. Das ist die maximale Zahl an Menschen. Ich komme zum Themenschwerpunkt Moral und Politik. Politik, für mich ist das Thema ja viel breiter gefasst, also dass man das als gesamtgesellschaftliches Thema anschauen muss und nicht nur ausschließlich auf eine politische Elite und auf politische Entscheidungsträgerinnen und Träger beschränkt. Und deswegen wollte ich auch mit dir sprechen, weil du dich ja eigentlich in deinen Videos sehr stark mit Doppelmoral und Heuchelei beschäftigst. Also beispielsweise junge Männer, die auf ganz feministisch tun und dann aber nicht in Karenz gehen wollen, weil es sich nicht auszahlen würde oder sehr bobo Frauen, die zwar Fairtrade-Shirts kaufen und dann aber nicht ihre Putzfrau angemessen bezahlen. Warum ist dir das Thema Doppelmoral so wichtig? Weil ich mich, glaube ich, auch einfach ganz banal in vielen Kreisen bewege, wo ich das einfach immer wieder sehr stark sehe, diese Doppelmoral. Ich bewege mich so in, also ich habe ein Just-Studium gemacht, ich habe dann an der Uni gearbeitet als Predoc-Assistentin, habe eine Dissertation geschrieben und habe da einfach mich quasi in einer sehr linken, intellektuellen Elite so unter Anführungszeichen bewegt und fand das am Anfang alles sehr toll und sehr schön, wie Menschen diskutieren über gesellschaftspolitische Themen und über eine gerechtere Gesellschaft und über Feminismus und alle unfassbar belesen sind und war sehr, sehr, sehr beeindruckt davon, von diesem intellektuellen Austausch im Elfenbeinturm. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, da bewegt sich einfach sehr, sehr viel an der Oberfläche, also es ist einfach sehr viel eben Doppelmoral irgendwie auch dabei und ja, irgendwann, weiß ich nicht, ich war dann, wie lange war ich an der Uni? Ich war vier Jahre dort und mir sind dann einfach immer mehr eben so Widersprüche irgendwie auch aufgefallen, auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, bei vielen Diskussionen, bei der Struktur der Uni, wie einfach, weiß ich nicht, wie der ganze Mittelbau auch aufgebaut ist, so viel ungleiche, ungute Machtstrukturen und gleichzeitig tut man an der Oberfläche so, als wenn man extrem, weiß nicht, ja, einfach super auf Gerechtigkeit aus und auf eine super moderne Gesellschaft irgendwie ausgerichtet, die feministisch inklusiv, antidiskriminierend und so weiter ist und dann werden im Endeffekt genau die gleichen patriarchalen, sexistischen, rassistischen Muster irgendwie reproduziert, nur mit der Waffe von Literatur irgendwie verteidigt, so, nein, nein, ich kann gar nicht sexistisch sein, weil, keine Ahnung, ich habe Simone de Beauvoir gelesen oder was auch immer so. Hast du ein Beispiel vielleicht? Erinnerst du dich an etwas, also irgendwie das erste Mal, wo du dir gedacht hast, okay, da korreliert irgendwie Wunschdenken und Realität nicht ganz zusammen? Ganz oft einfach in so subtilen Aussagen, wie zum Beispiel eben, ich habe diesen Charakter Lorenz irgendwie halt in meinen TikTok-Videos, der, weiß ich nicht, auf der einen Seite zum Beispiel immer, also er ist so diese sehr woke Person, die sich in diverse politische Konflikte auf der ganzen Welt einliest und sich dann denkt, okay, er fährt jetzt nach, weiß ich nicht, nach Myanmar und durchblickt die gesamte politische Lage dort und kennt sich aus, kommt total bereichert zurück und ist einfach so weltoffen und Ding und dann zeigt er Fotos her von kleinen Kindern auf der Straße, die er gemacht hat, ohne deren Einwilligung zum Beispiel. Oder was gab es noch für Beispiele? Also ich weiß nicht, überhaupt an der Uni habe ich dann auch einfach gemerkt, als meine Kolleginnen einfach öfter schwanger geworden sind, so wie absurd da teilweise eben dann die Karenzaufteilung halt einfach ausfällt, eh der Klassiker. Gleichzeitig gendern alle irgendwie gesprochen und alle sind eben so super feministisch drauf und dann schafft es ein männlicher Assistent nicht, in Karenz zu gehen und feiert sich aber gleichzeitig dafür, wenn er es macht, fühlt er sich wie der größte Held und wie der größte Befreier und ja, so. Aber sprichst du sie dann an eigentlich? Also hast du die mal? Ich bin nicht mehr an der Uni und wir sind viele Sachen auch erst später richtig gedämmert. Okay. Ja. Ich würde es jetzt, glaube ich, ansprechen sogar. Vielleicht jetzt nicht, also auf eine feine Art und Weise, aber ich glaube, ich würde es jetzt mittlerweile irgendwo ansprechen. Aber ich habe halt an der Uni gearbeitet, als ich recht jung war. Ich habe mit 22 begonnen und habe da einfach sehr vieles überhaupt nicht kapiert, also geschweige denn, irgendwie verbalisieren können. Und ich checke immer noch, ich meine, das klingt jetzt so, als hätte ich jetzt, keine Ahnung, alles. Den Durchblick. Ich checke jetzt die Welt. Ich bin Lorenz. Aber so, aber ich checke jetzt schon mehr Dinge als mit 21. Gott sei Dank. Aber haben sich diese Lorenz bei dir gemeldet? Weil jetzt sehen sie ja die Videos und sie sehen, wie du quasi diese Erfahrungen verarbeitet hast. Ja. Gibt es einzelne Personen aus deinem Arbeitsumfeld, die dann sagen, huch, das ist ja eine Episode, die wir erlebt haben. Ja, voll. Und fragen sie dich dann, was habe ich da falsch gemacht? Ach so, du meinst Menschen, die quasi selbst… Versuchen zu reflektieren dank deiner Videos, was sie da eigentlich für einen Bullshit ablassen? Also aus meinem persönlichen Umfeld nicht. Da haben sich eher Leute rückgemeldet, die meinten, hey, sie haben das irgendwie auch so wahrgenommen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich den Spielraum offen lasse in den Videos, weil ich meine, ich mache schon irgendwo Bashing. Irgendwo fühle ich mich schon wie ein linker Troll auch einfach so. Also so, keine Ahnung, weißt du, so wie es in den Wald herein, wie geht das Sprichwort Wald hineinrufen und so, kommst du wieder raus? Kommst du wieder raus, genau. Naja, ja, aber halt so, als ob man halt eben ein bisschen selbstgerecht und so, man wüsste alles und steht über den Dingen. Ja. Also wobei, ja. Aber was mich in dem Zusammenhang auch interessieren würde, ist, woher eigentlich allgemein diese Sehnsucht kommt, moralisch performen zu wollen. Du meinst generell? Generell, genau. Als Menschen? Als Menschen, nein, auch ein Lorenz beispielsweise, wenn du sagst, okay, warum ist es mir denn so wichtig, dass ich als Feminist wahrgenommen werde? Oder warum ist es denn so wichtig, dass ich als guter Mensch, der eben das Fairtrade-Shirt kauft oder besonders karitativ tätig ist in Wirklichkeit, aber sich das eben nicht mit der Realität, also nicht abgleichen lässt? Ich glaube, ich weiß nicht, ich denke mir, irgendwo wollen wir doch alle gute Menschen sein und alle irgendwo, weiß ich nicht, das Beste aus uns heraus holen, was wir können. Und irgendwo, glaube ich, glauben wir alle daran, dass wir irgendwo eine gerechte Welt irgendwie erreichen wollen. Nur, glaube ich, reicht das halt nicht, dass wir uns das alle wünschen, sondern halt, wir müssen auch irgendwie darüber hinausgehen und irgendwo auch mal unsere eigenen Privilegien vielleicht reflektieren. Und es reicht halt leider nicht der gute Wille. Und das ist halt irgendwie so das Problem, unter Anführungszeichen, was ich mit Lorenzen habe. Der gute Wille reicht halt leider nicht. Es ist schön, dass man den hat, aber ich weiß nicht, ich glaube halt irgendwie. Weil er äußert sich für mich auch in vielerorts so gönnerhaft. Also es ist so, dass man dann halt sagt, ich bin selbstgerecht und schaue, was ich Gutes leiste und klopfe mir bitte dafür auf die Schulter, dass ich Gutes leiste. Voll. Ich denke mir das voll oft bei, keine Ahnung, bei Menschen, die nur Fairtrade einkaufen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen für manche Menschen ein bisschen wie so, weiß ich nicht, so ein bisschen Ablasshandel. So, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Produkt und ich beruhige irgendwie mein Gewissen irgendwie damit und habe das Gefühl, ich habe zu einer besseren, gerechteren Welt beigetragen. Aber das reicht halt einfach nicht und damit sollte es halt einfach, sollte einfach nicht Genüge getan sein. Und ja, gleichzeitig eben dieses sich selbst Beweihräuchern dabei und sich selbst irgendwie schützen vor Kritik dadurch, das finde ich halt sehr problematisch. So quasi, hey, ich mache eh schon, keine Ahnung, das und das und das. Ich bin irgendwie kritikresistent. Ich fand ein Video auch sehr toll, wo du, weil ich einfach extrem viele Bekannte da wiedergefunden habe, du porträtierst eine junge Frau, die ein Uhr bestellt und dort mit einem Fahrer, der aus Pakistan kommt und das unglaublich toll findet, dass sie in seine Welt eintauchen darf und dass sie das immer so spannend findet, also diesen exotisierenden Moment und ich habe diese Gespräche schon so oft gehört, wo du weißt, wie man von herablassend von oben über diese fremde Kultur dann spricht und sagt so, ja, ich rede immer so gern mit den Taxifahrern und den Uber-Fahrern, weil die Kultur spannend und aber ich frage mich dann immer, auch wenn man mir das dann erzählt, ob man dann in dem Moment das nicht begreift, wie arrogant das rüberkommt eigentlich. Ja, voll. Also wie erklärst du dir das, dass das irgendwie vollkommen unreflicht, ich habe diese Geschichte schon so oft gehört. Ja, ja, voll. Ich glaube, es ist ja auf der Oberfläche total, also es signalisiert ja, dass man interessiert ist. Ich interessiere mich für fremde Lebensrealitäten, was ja an sich was Schönes ist, aber wenn du, ich finde gerade bei diesem Beispiel mit dem Uber-Fahrer, der ist so eklatant, dass du gerade so einen egozentrischen Zugang auch hast, quasi der ist jetzt zu meiner Belustigung da oder zu meiner Horizonterweiterung. Lies doch einfach ein, keine Ahnung, lies ein Buch über Pakistan zum Beispiel. Genau, ja. Verwend nicht den Menschen, um jetzt deinen Horizont zu erweitern, beziehungsweise schmück dich doch nicht damit. Natürlich, wir erweitern alle unseren Horizont durch Begegnungen, aber das finde ich halt so grimmlig, diesen sehr egozentrischen Zugang und irgendwie auch objektifizierenden Zugang zum Menschen und dieses Pseudo, ich weiß nicht, ich feiere eine Kultur, aber ich gleichzeitig Respektiere ich sie eigentlich auch nicht. Respektiere ich sie eigentlich auch nicht und erkenne sie nicht wirklich an, sondern eben, keine Ahnung, hebe sie so künstlich auf ein Podest, aber gleichzeitig werte ich sie irgendwo herab, weil ich, ja, keine Ahnung, irgendwie schwierige Worte zu fassen, aber. Nein, aber ich fand das auch, ich habe gemerkt, dass ich bei den Videos halt da besonders eingeschlagen bin, also dass mich das irgendwie extrem interessiert hat, weil ich es einfach auch so erlebt habe. Das ist ein voll schwieriger Thema einfach, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn mich auch Leute anquatschen auf, weiß nicht, jetzt meine Familie in Montenegro und total interessiert sind, auf der einen Seite freue ich mich, weil ich mir denke, es ist irgendwie schön, und auf der anderen Seite ist der Grad auch irgendwie oft schmalzene, seltsame Exotisierung. Also ich finde das einfach das urschwierige Thema. Gut, aber man erkennt dann irgendwie so genuines Interesse oder eben Exotisierung, also das stürt man sehr schnell eigentlich. Das stimmt. Stimmt. Oder beziehungsweise, ob es ein Respektieren auf Augenhöhe stattfindet. Das stimmt, voll, voll. Also das ist eben so von, ja, bei euch am Balkan ist ja alles so wild und temperamentvoll. Achso, ja, das, voll, voll, voll. Ich komme zu den, also eben weil wir über Politik und Moral sprechen, werden wir natürlich auch über die wunderbaren Chatprotokolle sprechen, die uns die vergangenen Monate beschäftigt haben, was mir aufgefallen war, ist, dass wir dann, also es gab sehr viele Diskussionen dadurch zu dem Thema Moral in der Politik und dass wir dann sehr schnell beginnen, irgendwie diese Verantwortung auf immer eine politische Spitze abzuwälzen und sagen, das ist halt ein Sittenbild der österreichischen Politik. Und aber ich finde halt auch, dass an dem Spruch, dass jedes Land die Politiker hat, die es verdient, etwas dran ist. Und mich würde interessieren, wie weit du findest, dass das, was in diesen Chatprotokollen kommuniziert worden ist, etwas über Korruption und das Moralverständnis auch in der österreichischen Gesellschaft aussagt. Ich fand es auch zum Beispiel bei Ibiza irgendwie so schön sichtbar, irgendwie da wird einfach hingenommen, dass es Korruption gibt und so irgendwo auch nicht hinterfragt, beziehungsweise ja, keine Ahnung, es ist eh jede Partei korrupt. Ja, es macht, also Machtstrukturen führen einfach zu Korruption. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt spezifisch ein Problem einer spezifischen Partei ist, sondern einfach von Parteien, die zu lange an der Macht sind, werden einfach korrupt. Und man kann das einerseits hinnehmen und sich irgendwie dem unterwerfen oder halt, keine Ahnung, für Strukturen sorgen, die dafür sorgen, dass Machtpositionen einfach irgendwo regelmäßig auch ausgetauscht und gerecht verteilt werden. Und das fehlt mir ein bisschen so in, keine Ahnung, sehr pauschal gesagt in der österreichischen Mentalität, ein bisschen dieser Wille zur Veränderung, irgendwie ein bisschen diese Emanzipation auch ein bisschen so, weiß nicht, ein bisschen ein aktiveres politisches Interesse und nicht so dieses Aufgeben. Ja, es ist halt so, es ist halt, keine Ahnung, Korruption wird es immer geben, bla, 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 bla. Ja, die wird es immer geben, natürlich, aber man kann gemeinsam an Strukturen als demokratische Gesellschaft arbeiten, die die Korruption verhindern. Und ich finde, das kommt irgendwie nicht so rüber, jetzt auch als Reaktion auf diese Chatverläufe. Das wird irgendwie so hingenommen mit so einem Selbstverständnis irgendwo. Und ich fand es noch krasser bei Ibiza. Aber was, wenn du, wo sagst du, bei welchen Strukturen könnte man ansetzen? Also gibt es etwas, wo du sagst, so, okay, wenn man eigentlich da und da so eine Stelle schaffen würde, oder? Man könnte weniger Positionen einfach politisch besetzen, vielleicht mehr für, auf auch irgendwo Experten setzen, für mehr Durchmischung sorgen. Also ich, sowas denke ich eher, weißt du nicht, ich meine, wir haben einfach politische Parteien, die extrem viel Macht in Österreich haben seit zehn Jahren und das ist klar, dass das zu Korruption führt, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Na, mich hat das, mich hat es eben so gewundert, dass es, dass diese ganzen Skandale nicht dazu beigetragen haben, dass es ein tatsächliches Erdbeben in dem Land gegeben hat. Also wenn man sich dann, also jetzt bezogen auf die Chatprotokolle und auch die Staatsanwaltschaft wegen falscher Sage bei Sebastian Kurz ermittelt, dass dann trotzdem seine Umfragewerte jetzt nicht unbedingt in den Keller gesunken sind. Also dass es da offenbar so eine, so eine unglaubliche Kulanz in der österreichischen Bevölkerung gibt, dass sie sagen, naja, also im Prinzip müsste man dann, also wirklich in anderen Ländern vielleicht, dass man dann halt, ist man politisch tot nach so einer Geschichte, aber in Österreich nicht und das, das, das wundert mich einfach jedes Mal. Aber irgendwo haben wir auch einfach immer schon diese sehr verhärteten Machtstrukturen gehabt, oder? Ich meine auch irgendwo, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir in Österreich sehr stark irgendwie so eine Elite, eine bestimmte Elite akzeptieren und irgendwie so sehr gerne nach, nach, nach unten treten und nach oben buckeln und ich weiß nicht, vielleicht kommt das daher irgendwo, weißt du, was ich meine, macht das irgendwie Sinn? Ja, nein, schon, aber eben, aber glaubst du nicht, dass es auch unten genauso, also das, also ich meine, der Fisch stinkt vom Kopf her und dann ist es, also das ist im Prinzip die Korruption und diese Art der Mentalität, auch eine gewisse Wurstigkeit demgegenüber einfach, einfach sich in allen Lebensbereichen überspiegelt. Ja, irgendwo schon, ich meine, allein, ich weiß nicht, mir fällt jetzt halt so zum Beispiel das ganze Thema rund um Titel ein, akademische Titel, da wird irgendwo Autorität und, und, und Intelligenz einer Person automatisch und unhinterfragt unterstellt, die einen akademischen Abschluss hat und diese Person wird irgendwo auf so ein krasses Podest gehoben und irgendwo wird einfach ein krasses Machtgefälle gebaut zwischen Menschen mit akademischen Titeln und nicht akademischen Titeln und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das spiegelt sich schon irgendwie auch im Kleinen wieder, dieses, dieses, okay, es gibt einfach Herrscher und Beherrschten irgendwo auf eine Art, es gibt Eliten, es gibt Strukturen, die sind einfach so und an denen es nicht zu rütteln und damit einhergeht, eine Akzeptanz von einer gewissen Korruption, I don't know. Aber eben auch, dass es ein gewisses, ich meine, das kann es ja geben, also dass es diese Unterschiede gibt, aber die Frage ist für mich dann schon auch, also ich muss ja deswegen nicht unbedingt das akzeptieren, also ich verstehe, es muss mich dem nicht unterwerfen, also ich verstehe diese Hörigkeit dann nicht, diesen Gehorsam, dass man dann sagt, so, oh mein Gott, ja, ich natürlich und, und, und. Wobei, ich muss schon zugeben, ich finde das in Österreich nicht immer so, also es gibt schon eben diese Hinterfotzigkeit, dass man das in Österreich nicht so respektiert, also es ist jetzt, finde ich, nicht so, dass man unbedingt, ja, dass man sich jetzt eben im Sand wälzt, nur weil, weil da jetzt jemand mit einem akademischen Titel kommt oder einem sozialen Status höher gestellt ist, nämlich, also ich finde es trotzdem ein eher anti-intellektuelles und anti-akademisches Land, also im Umgang mit den Menschen. Okay. Also, also, ja, ich fand, genau, was du auch oft in den Videos zum Beispiel machst, also thematisierst, ist dieses Messen mit zweierlei Maß, also dass es gewisse Gesetze gelten für die einen und Herangehensweisen für die einen und andere für die anderen und zum Beispiel eben beim Thema Femizid, das hast du in einem deiner aktuelleren Videos behandelt, wo du, also ich glaube, du hast auf den aktuellen Fall der 13-Jährigen Bezug genommen, die von zwei mutmaßlichen, also Männern vergewaltigt worden ist und dann getötet worden ist und da sagst du, eben ersticht ein Österreicher seine Frau, ist es ein Beziehungsdrama, tut es ein Ausländer, sollen die Asylgesetze verschärft werden. Wie erklärst du dir das, also warum passiert das jedes Mal in Österreich? Naja, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, es geht halt weniger um die Frau und um den Tod der Frau per se und um die Ermordung der Frau und um die Ermordung der Frau, sondern vielmehr um andere politische Botschaften. Die Ermordung der Frau wird irgendwo eben einfach als Anlasspunkt und als Projektionsfläche für andere Messages irgendwie verwendet, so wie zum Beispiel, ja, Ausländer raus, jetzt ganz, ganz, ganz brutal und banal gesagt. Und das ist halt so schade, dass es einfach nicht um die Frau geht, sondern es geht um was anderes. Also nein, ich muss auch zugeben, dass mich jetzt dieser Fall Leonie insofern beschäftigt, also grundsätzlich natürlich jeder Femizid ist bestialisch und furchtbar und geht uns an die Nieder. Ja, klar. Aber also wie auch selbst seriöse Medien damit derzeit umgehen, mit welcher, also wie Boulevardesque, also ich habe, eben wir haben jetzt das Falter-Cover hier liegen, wo man sieht, wo Leonie, also wo man ihren Körper gefunden hat, so sind Kerzen zu sehen auf dem Cover und der Baum und im Hintergrund geht eine muslimische Frau, also erkennbar an dem Kopftuch mit einem Jungen, mit einer dunkleren Hautfarbe und daneben steht der Satz, warum musste Leonie W. sterben? Und das ist eigentlich, also ich finde das ziemlich starken Tobak eigentlich für eine sehr seriöse Wochenzeitung, dass man dermaßen pulverdesk arbeitet und eigentlich suggeriert, dass damit, natürlich suggeriert man damit, dass Muslime an diesem Mord schuld sind. Und ich frage mich tatsächlich, warum jedes Mal die Sicherungen durchbrennen in Österreich, sobald ein Ausländer involviert ist. Voll. Das ist jedes Mal. Voll. Ich verstehe es auch nicht. Also ich check's einfach nicht. Ich kann's mir nicht anders erklären als durch irgendeine einfach fremdenfeindliche Haltung, also vieler Medien und vieler politischer Parteien einfach und eines großen Teiles auch der Bevölkerung. Ich kann mir diskutieren, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann mir das irgendwie nicht anders erklären. Also ich bin, nein, es ärgert mich insofern tatsächlich und ich finde, es hat sehr viel mit Moral zu tun, weil man sich auch ganz andere Fragen stellen könnte. Also wie du selbst gesagt hast, die Frau könnte im Mittelpunkt stehen oder auch man könnte, also es werden halt in diesen Texten permanent auf die Herkunft der Täter hingewiesen und das kann man, natürlich kann man das beleuchten, also es geht nicht darum, dass man Dinge totschweigen muss. Aber es ist schon interessant, welche Dinge da vermengt werden. Also es wird so oft, also ich würde beispielsweise auch gerne den Text lesen, weil permanent die Sache, also die Männer, die involviert waren, stammten aus Afghanistan und da wird halt mit herangezogen, dass es ein Kriegsgebiet ist, dass es dort eine sehr undemokratische Strukturen gibt und ein sehr frauenfeindliches Bild. Und ich hätte mir halt die Frage gestellt, wenn das, naja gut, wenn diese Männer in Österreich sind, in einem demokratischen Land, warum sie diese frauenverachtende Haltung nicht davon abgelassen haben, vielleicht, weil es die Frauenverachtung halt auch in der österreichischen Gesellschaft gibt. Ja, vielleicht zum Beispiel deshalb. Vielleicht auch, dass sie gar nicht so sehr sehen, dass sie Frauen als ebenbürtig angesehen werden, dass sie respektiert werden, dass sie nicht freiwillig sind, wenn zum Beispiel wir von Medienleuten hören, also von Medienmanagern und anderen Journalisten, dass sie Frauen sexuell belästigen, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, aber das ist jetzt nicht… Mein Mord ist halt die Spitze eines Eisberges und darunter liegt einfach viel mehr. Genau. Und wir haben auch riesige patriarchale Strukturen in Österreich, nur sind sie vielleicht in einem anderen Gewand irgendwo verhüllt oder erscheinen in einer anderen Form, aber es wäre halt mal schön, darüber zu reden und nicht jetzt… Ich weiß nicht, über patriarchale Strukturen in Afghanistan. Wie du sagst, das heißt nicht, dass man das nicht thematisieren muss oder soll, aber der Fokus ist halt einfach so falsch gelegt und ich weiß nicht… Ich lese aber bei den… also ich weiß nicht, wie du das… aber die Kommentatoren, die da… wie sie es kommentieren, ist, dass sie… dass Feministinnen quasi ihre politische Korrektheit über ihren Feminismus stellen. Ja, der Klassiker, ja. Also dieses… ich weiß nicht, dieses Argument kommt ja irgendwie so circa immer, also in jeder Twitter-Diskussion, sobald irgendwie ein Ausländer jetzt irgendwie involviert ist in einem Feminizid, heißt das halt so, ja okay, du traust dich jetzt quasi nicht sagen, weil es ist ein Ausländer. Also das ist halt Blödsinn. Es geht halt nicht um die Herkunft des Täters per se, es geht um in der Regel patriarchale Strukturen und und natürlich gibt es Staaten, die stärkere patriarchale Strukturen haben, aber wir haben auch patriarchale Strukturen und zwar ziemlich viele und sehr stark verwurzelte, wie man eben an sehr vielen aktuellen Beispielen noch sieht und an sehr vielen Feminiziden, die von Autochtonen Österreichern verübt werden. Und man könnte dieses Problem einfach breiter ansprechen als einfach nur anlassbezogen, über die Herkunft der Täter zu sprechen und im Endeffekt, weiß ich nicht, eben antimuslimisch und rassistische Aussagen zu tätigen. Also ja, ich würde, ich würde, ich finde auch, dass man es breiter aufsteht und ich würde es mir eigentlich bei jedem Femizid wünschen, dass dermaßen stark gesprochen wird. Aber seltsamerweise ist es erst bei diesem und natürlich war das, ist es ein sehr bestialischer gewesen, sodass das bestreitet auch niemand. Also Nationalratssitzungen, Kommentare, Artikel, das war schon sehr viel. Und ich muss irgendwie schon sagen, ich finde es schon noch unmoralisch, einen derartigen Fall dermaßen politisch zu instrumentalisieren. Also sowohl von Medien als auch von Politik. Also genau. Ja, aber ich will jetzt gar nicht nur über diesen Fall sprechen. Was ich noch interessant, also wenn ich jetzt nochmal zu den Chatprotokollen und der Politik zu sprechen komme, ich finde das Thema Leistung war für mich auch irgendwie sehr, sehr zentral in dieser Debatte, weil ich glaube, eines der Dinge, was mich sehr geärgert hatte, war zu sehen, dass man sich quasi seinen Traumjob selbst zusammenschustern kann und dass man es nicht mal wertgefunden hat, das Motivationsschreiben selbst zu schreiben, sondern sogar das in Auftrag gegeben hat. Und irgendwie geht für mich halt dieser Leistungsgedanke, ich finde den sehr spannend in Österreich eigentlich. Sehr entspannend? Sehr entspannend. Also leisten sollen in aller Regel immer die anderen. Ja, voll. Und ich weiß, ich glaube, ich fand, dass du das eigentlich auch in deinen Videos, ich habe jetzt kein Konkretes im Kopf, aber ich bilde mir ein, dass du das auch immer wieder thematisiert hast. Vitamin B, also Vitamin B, ja, voll. Also es ist halt einfach, weiß nicht, also mir war das so lange nicht bewusst, wie stark Österreich auf Freundalwirtschaft einfach passiert. Eben jetzt nicht nur in der Politik, sondern halt einfach in ganz schlichten Unternehmensstrukturen und so viel Nepotismus es einfach gibt. Es ist absurd. Mir war das nicht bewusst. Also ich bin eigentlich immer noch schockiert. Ich bin halt eben noch nicht so lange im Berufsleben und ich bin einfach da wahrscheinlich unaiv rangegangen und dachte mir so, hey, ich muss einfach nur studiert haben und ich muss mich anstrengen. Und dann komme ich quasi dorthin, wo ich hinkommen wollte. Blödsinn. Also du brauchst einfach Beziehungen und es geht so oft nicht um Leistung. Ich persönlich fand das einfach irgendwie sehr schockierend, weil ich einfach mit diesem sehr starken Idealbild auch irgendwo aufgewachsen bin und von meinen Eltern kommen, die eben aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchtet sind und aber auch sehr stark von der Gesellschaft kommen, von der Schule kommen, von den Lehrerinnen kommen. So, du musst doppelt so hart arbeiten, so um irgendwo ein entsprechendes ähnliches Niveau irgendwie zu erreichen. Ich dachte mir so, ja, okay, wenn ich hart arbeite, dann komme ich da hin. Aber dann zu sehen, dass das halt einfach nicht so ist, fand ich oder finde ich immer noch gruselig. Schockierend. Aber erinnerst du dich an gewisse Anekdoten, wie dir das so quasi bewusst geworden ist, dass es vollkommen egal ist, wie viele Fremdsprachen du kannst, wie viele Praktika du gemacht hast, wie viele Studien du absolviert hast, dass dann quasi dein Vorgesetzter oder deine Kollegen vielleicht nur halb so viel drauf haben? Ja, regelmäßig. Ich will jetzt nicht unbedingt über Details reden, aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel, urbanales Beispiel aus der Schule. Ich bin halt einfach zweisprachig aufgewachsen mit BKS und Deutsch und das war immer, deswegen wie nie ein Thema und die Lehrerinnen und Lehrer hatten immer Sorge, dass ich halt, weil ich zu Hause BKS spreche, dass ich dann urschlecht Deutsch sprechen werde und eh diese klassische Sorge so, nein, wie können die Eltern nur zu Hause mit den Kindern in der Muttersprache reden? Die Kinder lernen kein Deutsch und niemand denkt daran, dass Kinder dann vielleicht ein falsches Deutsch mit ihren Eltern lernen oder ein, ja. Also dieser typische, fortrischste Gedanke, dass Mehrsprachigkeit ein Defizit ist. Was sich eben mittlerweile ändert, aber in den 90ern war das einfach anders, als ich aufgewachsen bin und es wurde immer sehr schlecht gesehen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich einfach BKS spreche und ich hatte einen Freund, also ein guter Freund von mir, den ich immer noch sehr gern habe, der mit Spanisch auch aufgewachsen ist und der wurde immer hoch gepriesen. Es war immer super toll, dass der Spanisch und Deutsch spricht. Das ist irgendwie super leihwand und bei mir war es irgendwie nie toll. Oder bei einer anderen aus meiner Klasse, die ungarischsprachig und deutschsprachig aufgewachsen ist, wurde das auch nie thematisiert. Das war immer nur der Spanisch sprechende und deutsch sprechende Junge. Oder, weiß nicht, in der Arbeit. Ich weiß nicht, ich merke es einfach so. Ich meine, ich habe einen Nachnamen, der einfach nicht österreichisch klingt sozusagen, also nicht autochtonösterreichisch klingt. Und ich merke einfach, wenn ich abhebe mit meinem Namen und den einfach dazu sage, werde ich uroft für eine Sekretärin gehalten. Wirklich regelmäßig, ja. Und ich brauche den Titel sozusagen, um nicht für eine Sekretärin gehalten zu werden. Nichts gegen Sekretärinnen, aber ich arbeite nicht als Assistentin. Du bist nicht, du bist Juristin. Ich habe Just gemacht. Also das fällt mir einfach immer wieder auf. Und Menschen mit autochtonösterreichischen Namen werden quasi für etwas Höheres auf eine Art gehalten. Also bist du dann gezwungen, auch dieser Titelgeilheit, die es hierzulande gibt, nachzugeben, um einfach nur zu deinem Recht zu kommen? Voll. Also so, was ich extrem hasse, weil ich verstehe diese Titelgeilheit nicht. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht einfach alle bei unserem Namen nennen können und das war's und per du sein können oder was auch immer. Verstehe ich alles nicht. Aber ich merke, im beruflichen Kontext habe ich echt gemerkt, sehr oft, ich brauche meinen Titel, wenn ich meinen Nachnamen habe, der einfach nicht sehr österreichisch klingt. Aber das... Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen an deiner Frage eigentlich vorbei. Nein, nein, fast schon. Nein, nein. Aber ich finde es schon richtig, dass du sagst, dass eben dieses Vitamin B und Beziehungen und dieser Nepotismus ja auch zu einem eher schwierigen moralischen Grundverständnis in der Bevölkerung wird. Also wie wir eigentlich unser Personal rekrutieren. Und es hat ja auch eigentlich mit Gerechtigkeit zu tun in einer Gesellschaft. Also dass wir halt den Leuten A, eine Chance geben, dass sie sich bewähren können und aber auch natürlich nach ihren Qualifikationen. Und wenn aber dann das nicht gegeben ist und ausschließlich eben nicht messbare Kriterien herangezogen werden, kannst du halt auch nicht die Besten für den Job kriegen. Ja, voll. Aber ich frage mich, also ich weiß nicht, wie gesagt, da bin ich sicher selbst noch sehr naiv und denke mir so, haben wir lange gedacht, nein, es geht darum, dass man die Besten im Job hat oder die Besten in einem Bereich hat. Aber es ist anscheinend einfach oft nicht so leider. Oder halt eben, dass man sagt, gut, okay, also ich bin ja auch ein großer Freund, also Freund von Learning by Doing, aber ich finde es dann immer witzig, wenn man, also die Frage so Frauen in Führungspositionen, also man kennt das ja aus Studien, dass viele Frauen sich dann nicht trauen, sich zu bewerben. Erst wenn sie alle Qualifikationskriterien erfüllen, bewerben sich, während bei Männern nur irgendwie, wenn sie zwei Kriterien erfüllen, trauen sie sich schon alles zu. Und man wächst ja an seinen Aufgaben. Aber die Frage ist halt, wem gibt man die Chance, dass er an seinen Aufgaben wachsen darf? Und das ist dann halt auch wieder eine Gerechtigkeitsfrage. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich meine, so viele männliche, also Chefs in Chefpositionen, wie sind die zu ihrer Chefposition gekommen? Rein durch fachliches Know-how und soziale Skills oder auch oft durch Vitamin B und dann gleichzeitig werden Frauen fertig gemacht, weil sie quasi unter Anführungszeichen aufgrund einer Quote irgendwie bevorzugt worden sind. Was ist denn Vitamin B? Was anderes als eine Bevorzugung? Das ist ja auch kein objektives Kriterium, das irgendwie etwas über die Kompetenz einer Person aussagt. Also, weißt du, was ich meine? So, dann plötzlich ist die Quote ein ungerechtes Kriterium. Aber über Vitamin B spricht niemand. Da müssen wir wirklich genau. Oder über, weiß ich nicht, meine, keine Ahnung, ja. Ich komme, ein Thema wollte ich noch ansprechen, aber weil ich es einfach so witzig fand, weil es in einem deiner Videos auch thematisiert worden ist, aber wir hatten es eh schon vorher ein bisschen, dass du sagst, viele, eben Lorenz, der nach Myanmar fährt und sich extrem gut auskennt an exotischen Orten und dann aber, sobald er hier die Namen seiner Mitmenschen aussprechen muss, die nicht Anna oder Josef heißen, es nicht hinkriegt. Ja. Ja, ist das wirklich so, was sie mir genossen hat? Aber wie geht das? Aber ich verstehe diese Art der Respektlosigkeit nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwann habe ich dieses tolle Wort kognitive Dissonanz gehört. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber es ist mit zweierlei Maß messen. Gleichzeitig denke ich mir irgendwo so, ich meine, keine Ahnung, ich messe auch mit zweierlei Maß. Wir messen alle mit zweierlei Maß. Es ist auch schwierig, konsequent zu sein. Irrsinnig schwierig. Ich denke mir das so oft. Und außerdem, wir sind halt auch alle Menschen. Wir machen nur viel Fehler und wir sind alle keine Richterinnen und Richter. Und wir haben, vielleicht legen wir einen Objektivitätsanspruch an uns an, aber wir werden nie objektiv sein. Wir sind alle höchst subjektiv und haben alle unser Päckchen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, der Sprung in den Punkt. Man könnte doch einfach sagen oder irgendwo ein bisschen ein Stück weit eingestehen, wir sind nicht objektiv. So, wir machen Fehler und wir sind aber bereit zu lernen. So, es ist okay, wenn jemand meinen Nachnamen nicht aussprechen kann. Es ist mehr als in Ordnung, aber frag doch. Nein, mich, ja, ja, ja. Bei mir war in letzter Zeit, also das war das Maß an Respektlosigkeit mittlerweile dermaßen erreicht. Bei einer Veranstaltung, wo ich hätte auftreten müssen, die Veranstaltung nicht geschafft haben, dreimal. Es ging nicht mal um die korrekte Aussprache meines Nachnamens, sondern sie haben einfach einen ganz anderen Nachnamen genutzt. Also ich habe dann an der Alphabetisierung der Personen gezweifelt. Also man muss es ja nur lesen. Und dann, also das ist, wenn du zu Schiller Müller sagst einfach. Also auf dem Niveau hat es stattgefunden. Man müsste ja nichts hören. Das könnte man nicht googeln zum Beispiel. Man könnte sich oder lesen. Oder lesen. Oder lesen. Ich bin, ich informieren. Lesen bin ich schon sehr dankbar. Nur lesen. Man muss nicht, man muss nicht besonders talentiert sein und Dinge aussprechen. Man muss nur lesen. Und eine Sekunde bemühen vielleicht. Genau. Also ich glaube, dass die Alphabetisierungsquote in Österreich doch schon sehr hoch ist und ich habe da ein großes Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Aber offenbar nicht. Ja, irgendwo hapert es dann schon. Irgendwo hapert es. Ich würde dann eigentlich aber eh schon zu meinem Abschlussteil kommen. Und zwar, ich habe aber auch ein bisschen das Problem, man will ja nicht moralisierend sein und dann quasi sich als Moralapostel dann abspielen. Ja, aber das ist schwer. Aber es ist schwer. Und du sagst, wie du vorher gesagt hast, alle machen Fehler. Aber wie schafft man es quasi in einer Gesellschaft, dass man sich mehr an humanistischen Werten orientiert und dass man einfach diese österreichische Schmerzgrenze in Sachen Moral ein wenig anhebt. Also dass man da einen kollektiven Konsens schafft. Das ist eine riesige Frage. Los, Irina. Als TikTok-Star und berühmter, da warte ich mir jetzt. Das Rezept. Oh mein Gott. Machen wir das bitte gemeinsam. 40.000 Follower. Okay, los. Wow. Also ich denke mir mal, keine Ahnung, Entschuldige, ein erster guter, also ich denke mir ein erster guter Weg ist mal ein bisschen eine Pause zu machen und sich vielleicht selbst auch nicht so ernst zu nehmen. Mal in einem ersten Schritt und irgendwo ein bisschen eine Grundoffenheit gegenüber anderen Lebensrealitäten zu zeigen und irgendwann sich eine Sekunde ebenso, wie wir gerade besprochen haben, sich eine Sekunde Zeit zu nehmen, um ein Verhalten zu reflektieren oder sich mal in eine andere Person eine Sekunde hinein zu versetzen. Ich glaube, das wäre schon mal ein echt guter erster Schritt. Oder? Ich weiß nicht, wie das tut ja urschwer. Nein, also, ja, ja, nein, ich finde es auch. Ich bin ubegeistert von deinen Fragen. Ich habe es C gesagt. Aber so ja, so ein Reflektieren finde ich auch immer einen guten ersten Ansatz. Aber eben, ich frage mich immer so, wie schaffe ich es? Also ich habe überhaupt keinen pädagogischen Ansatz. Also, aber dass man so einen, eben so einen, wie ich gesagt, kollektiven Konsens findet, dass man sagt, okay, dass man vielleicht in einigen, also in meiner Branche zum Beispiel aufhört, gegenüber marginalisierten Gruppen zu hetzen. Also, dass man aufhört, permanent Bezüge herzustellen, die nicht in dieser Form gegeben sind, dass man sich nicht einer Bildsprache bedient, die einen, die seltsame Untertüne mitschwingen lässt. Das hat auch für mich sehr viel mit Moral zu tun. Also ich finde, unsere Branche ist da extrem in der Bringschuld, dass sie diese zivilisatorische Decke irgendwie aufrechterhält. Ja. Und ich finde, dass wir immer wieder daran scheitern. Also insofern habe ich gehofft auf ein bisschen satirische, satirischen Optimismus, dass du da vielleicht. Ja. Nein, also ich finde, wie gesagt, also falls die Zuhörerinnen und Zuhörer Kinder haben, Teenager haben, die sich noch nicht so sehr für Politik interessieren, sie sollten sich unbedingt den Videos anschauen, weil ich glaube, da kriegt man einen sehr guten Überblick, was gerade an Themen behandelt werden. Also von Gentrifizierung bis hin zu Rassismus und Zivilcourage, aber natürlich auch für Leute unseren Alters. Das ist jetzt so quasi jetzt meine sehr extrem voreingenommene Empfehlung. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Wie gesagt, ich habe deine Fragen so geliebt. Danke dir. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Schönen Sommer und auf bald. Missing Link Untertitelung des ZDF, 2020